Hallo und herzlich willkommen bei 3D Printing to You. In diesem Video wollen wir euch zeigen, welche Grundeinstellung ihr in Cura für euren ersten Druck mit einem Anet A8 vornehmen müsst. Was ist Cura überhaupt und wofür brauche ich es? Cura ist eine sogenannte Slicing-Software. Mithilfe von Slicing-Softwares könnt ihr eure Geometrie-Datei für den späteren Druckprozess vorbereiten. Die Geometrie-Datei sollte als SDL-Datei vorliegen, da dieses Standardformat von allen Slicern verarbeitet werden kann. Das Bauteil wird in der Software in viele Schichten mit einer vorgegebenen Dicke unterteilt. Diesen Prozess nennt man Slicen. Die Schichtinformationen können anschließend als G-Code abgespeichert werden. G-Code ist ein standardisierter Maschinencode, in dem alle Fertigungsinformationen für euren 3D-Drucker enthalten sind. Wir verwenden hier im Video Cura. Da es eine Freeware ist und die Installationsdatei einer älteren Version bereits auf der MicroSD eures Anet vorhanden ist, Wir zeigen euch die Grundeinstellungen an der zurzeit aktuellsten Version 3.1.0. Den Download findet ihr in der Videobeschreibung. Lasst euch nicht verwirren beim Downloaden, die neuesten Cura-Versionen haben kleinere Zahlen als ältere Versionen. Nach Version 15.04.6 wurde weiter ab Versionsnummer 2.1.2 gezählt. Startet ihr das Programm zum ersten Mal, müsst ihr zunächst einige Standardeinstellungen für euren Drucker definieren. Sollte sich das Einstellungsfenster nicht automatisch öffnen, müsst ihr dies über Einstellungen, Drucker und hier Drucker hinzufügen tun. Nun wählt ihr unter dem Reiter Custom den benutzerdefinierten FDM-Drucker aus und klickt auf Add Printer. Als nächstes öffnet sich ein neues Einstellungsfenster, in dem ihr alle Parameter des Anet A8 definieren müsst. Und zwar gebt ihr hierzu bei der X-Weite 220 mm ein. Das gleiche macht ihr bei Y 220 und die Z-Höhe beträgt 240 mm. Ihr habt eine rechteckige Bauplattform, diesen Parameter könnt ihr also lassen und ein beheiztes Bett, also müsst ihr hier einen Haken setzen. Als G-Code wollt ihr nicht, wollt ihr Rebrap verwenden, da der Anet A8 ein Rebrap-Drucker ist. Und als nächstes kommen wir zu den Druckkopf-Einstellungen. Hier solltet ihr alle Werte auf 0 setzen. Habt ihr alles auf 0 gesetzt, geht es weiter zu der Anzahl der Extruder. Das ist natürlich nur ein Extruder. Und ein Wert, den ihr noch verändern müsst, ist hier der Materialdurchmesser. Der ist nicht 2,85, sondern 1,75 mm. Achtet darauf, dass ihr zwischen den Zahlen kein Komma, sondern einen Punkt setzt. Der Durchmesser eurer Düse, der stimmt mit 0,4 mm. Diesen müsst ihr nur verändern, wenn ihr euch mal eine größere oder eine kleinere Düse holt. Was noch verändert werden muss, ist der Start- und der End-G-Code. Hierzu haben wir euch in der Videobeschreibung den Standard-G-Code für den Anet A8 hinterlegt. Ihr könnt das hier also einfach rauslöschen, geht bei uns in die Videobeschreibung und kopiert den Start-G-Code und fügt den einfach über Copy-Paste hier ein. Hinter den Semi-Kolons könnt ihr noch kurz lesen, was der G-Code überhaupt macht. Das gleiche macht ihr auch mit dem End-G-Code per Copy-Paste aus der Videobeschreibung. Einfach hier einfügen und dann habt ihr euren Drucker schon definiert. Jetzt drückt ihr nur noch auf Finish und könnt anschließend noch über Settings, Printer und Manage Printer euren benutzerdefinierten FDM-Drucker einen Namen geben, über Rename und könnt hier jetzt einfach Anet A8 eingeben. Ihr habt auch die Möglichkeit, die Software-Sprache ganz einfach in Deutsch umzustellen. Das Ganze geht unter Preferences, Configure, Cura und dann bei Language könnt ihr ganz einfach auf Deutsch umstellen. Ihr müsst danach allerdings Cura noch einmal neu starten. In dem Video werden wir jetzt die Sprache auf Englisch belassen. Wollt ihr ein Bauteil in Cura öffnen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr hier über File, Open Files euer Bauteil suchen. Oder ihr zieht es einfach per Drag & Drop in den Bauraum hinein und dann wird euer Bauteil auch geöffnet. Ist das Bauteil geladen, könnt ihr euch mit Rechtsklick eine andere Ansicht verschaffen. Dort könnt ihr den Bauraum rotieren. Mit dem Scrollrad könnt ihr näher ran zoomen oder weiter raus zoomen. Und klickt ihr das Bauteil mit Linksklick an, habt ihr hier verschiedene Funktionen. Die erste Funktion ist Move. Hier könnt ihr den Platz eures Bauteils auf der Bauteilplattform aussuchen. Zusätzlich gibt es da noch Funktionen wie Skalieren. Zum Beispiel könnt ihr es einfach auf die Hälfte der Größe verkleinern, wenn ihr hier 50% angibt und dann Enter drückt. Weitere Funktionen sind noch Rotieren und Spiegeln. Ich gehe jetzt mal wieder zurück auf 100% und dann schauen wir uns noch die weiteren Funktionen an, die Cura hat. Als nächstes schauen wir uns die einstellbaren Parameter auf der rechten Seite an. Zunächst achtet immer darauf, dass ihr den richtigen Drucker ausgewählt habt. In unserem Fall natürlich der Anet A8, den wir gerade erstellt haben und auch das richtige Material. Ich erkläre jetzt alle Parameter anhand von PLA, damit das einfach das meistverwendete Material ist. Am Anfang habt ihr eine vorgeschlagene Anzahl von Parametern, also einen Überblick über nur ganz wenige Parameter, die aber erstmal ausreichen, um ein Teil zu drucken. Die Layer-Höhe ist einfach eure Schichtdicke, die ihr einstellen könnt. Wir empfehlen dort 0,1, 0,2 oder 0,3 mm einzustellen. 0,1 bedeutet, ihr habt eine sehr dünne Schicht, dadurch steigt natürlich eure Druckzeit an. Und desto höher ihr sie wählt, desto gröber wird zwar euer Druck, aber desto schneller die Druckzeit. Der Infill gibt an, wie viel Prozent des Inneren eures Bauteils gefüllt werden. Das könnt ihr euch hier oben ganz schön im Layer-View anschauen. Also wechselt von Solid auf Layer-View und danach seht ihr das Bauteil in einer schichtweisen Betrachtung. Ihr könnt hier an dem Regler alle Schichten durchfahren und seht dann, wie das Bauteil sich hier langsam absenkt. Und jetzt seht ihr ganz schön, wie in der unteren Plattform das Innere komplett durch so eine Warmstruktur ersetzt wurde. Das bedeutet, nur noch 20% des Volumens werden ausgefüllt. Und das spart euch zum einen Material und zum anderen auch Zeit. Der nächste Punkt wäre der Support. Das sind Stützstrukturen, die braucht ihr bei so einem Bauteil aber nicht. Die werden nur benötigt, wenn zwischen Bauplattformen und Oberfläche Winkel von kleiner 45 Grad auftreten, also Überhänge, die ihr zusätzlich stützen müsst. Und der letzte Punkt ist dieses Brim. Das erkennt ihr hier, die türkisene Linie, die um das Bauteil gelegt wurde. Das ist eine Extra-Funktion. Bevor der Druck startet, fährt der Extruder diese Linie einmal ab und druckt dort eine Materialschicht hin und beginnt dann mit dem Bauteil. Dadurch habt ihr zum einen den Vorteil, dass ihr eine höhere Haftung habt und zum anderen startet der Druck sauberer, da schon etwas Material durch den Extruder geflossen ist. Die eine dünne Schicht könnt ihr dann am Ende des Druckes ganz einfach abbrechen. Schauen wir uns als nächstes noch die benutzerdefinierten Einstellungen in Cura an. Hierzu geht ihr einfach von Recommended, also vorgeschlagen auf Custom bzw. Benutzerdefiniert und bekommt ihr jetzt unten eine Vielzahl von Parametern, die ihr für den Druckprozess vorgeben könnt. Ganz oben habt ihr verschiedene Profile, die bereits von Cura vordefiniert sind. Das waren die Profile, die wir vorhin auch unter Recommended gesehen haben. Und natürlich könnt ihr hier später auch ganz einfach euer eigenes Profil abspeichern. Wie das genau geht, gucken wir uns dann an, sobald wir alle Parameter richtig definiert haben. Der erste war die Layerhöhe bzw. die Schichtdicke. Die hatten wir ja schon für eine mittlere Qualität vorgegeben mit 0,2 mm. Und als nächstes kommt dann die Wall Thickness bzw. die Wandstärke. Was sagt die Wandstärke genau aus? Die Wandstärke gibt uns einfach an, wie dick hier unsere Außenkonturen sein sollen, bis unser Infill im Bauteil beginnt. Bei einem Düsendurchmesser von 0,4 mm sind das jetzt zwei Linien Extrudermaterial, die hier nebeneinander abgelegt werden. Und dann beginnt unser Infill. Das bedeutet natürlich für euch, dieser Wert hier muss immer ein Vielfaches eures Düsendurchmessers sein. Das gleiche gilt auch für die Top- und Bottom-Thickness. Die gibt einfach an, wie viele Schichten übereinander an eurer Top- bzw. an eurer Bottom-Fläche gedruckt werden. Und das sind bei einer Schichtdicke von 0,2 mm dann einfach vier Schichten, die übereinander gelegt werden. Und danach beginnt euer Infill gedruckt zu werden. Wollt ihr nicht immer extra den Wert ausrechnen, könnt ihr hier einfach auf dieses kleine Zahnrad drücken. Und dann bekommt ihr nochmal eine Übersicht über ganz viele Parameter, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Und jetzt könnt ihr hier einfach von Wandstärke auf Anzahl an Wandlinien umschalten. Und das gleiche könnt ihr auch bei Top- und Bottom-Thickness machen. Einfach auf Anzahl von Top-Schichten und Bottom-Schichten umstellen. Und jetzt seht ihr hier rechts hat sich schon alles automatisch aktualisiert. Jetzt geben wir einfach nur noch die Anzahl der Linien oder die Anzahl der Schichten an, die gedruckt werden sollen. Den Infill hatten wir uns ja schon bereits angeguckt, den hatten wir mit 20% vorgegeben. Hier gibt es jetzt nochmal einen weiteren Wert, den man vorgeben kann. Und der wäre eine stufenweise Erhöhung eures Infills in Richtung von Top-Layern. Das hätte einfach den Vorteil, dass ihr dann mehr Materialoberfläche habt und eure Oberfläche später dadurch besser gedruckt werden kann, da das Material mehr Fläche zum Auflegen hat. So könnt ihr einfach die Qualität ein bisschen erhöhen und könnt das mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Die nächsten Werte sind eigentlich die wichtigsten. Hier die Drucktemperatur, also die Temperatur eures Extruders. Für PLA hat Cura hier jetzt 200 Grad vorgegeben, das ist auch völlig in Ordnung. Wir schlagen für PLA mal einen Wert von 190 bis 210 Grad Celsius vor. Je nach Hersteller müsst ihr da ein bisschen rumprobieren, wann ihr die beste Qualität in eurem Druckprozess bekommt. Das nächste ist die Temperatur eurer Bauplattform. Die ist hier mit 60 Grad vorgegeben. Den Wert könnt ihr auch erstmal lassen. Hier empfehlen wir immer einen Wert zwischen 50 und 60 Grad zu wählen. Und da könnt ihr mal schrittweise ausprobieren, wie eure Haftung ist, wenn ihr mit der Temperatur ein bisschen herunter geht. Der Durchmesser des Materials, den hatten wir ganz am Anfang des Videos schon festgelegt. Der ist noch immer natürlich mit 1,75 mm eingestellt und den verändern wir nicht. Und der Fluss soll immer bei 100% liegen, da wir immer 100% an Material verdrucken wollen. Die Retraction könnt ihr immer aktiviert lassen. Das ist einfach ein kleiner Rückzug im Extruder, wenn ihr Freifahrten habt. Also der Extruder verfährt ohne Material zu verdrucken und das soll einfach die Fädenbildung im Bauprozess verhindern und somit eure Qualität ein bisschen verbessern. Bei der Druckgeschwindigkeit und der Travel Speed würden wir noch kleine Korrekturen vorgeben. Hier würden wir euch empfehlen für gute Qualität eurer Bauteile die Geschwindigkeit auf 50 mm die Sekunde zu reduzieren und auch die Travel Speed auf 50 bis 60 mm die Sekunde zu reduzieren. Das hat einfach den Hintergrund, da das Gestell vom Arnet A8 ein wenig labil ist. Und wenn wir die Geschwindigkeiten reduzieren, reduzieren wir auch die Kräfte und die Vibrationen, die im Gehäuse auftreten. Den Lüfter würde ich euch am Anfang empfehlen zu aktivieren. Bekommt ihr allerdings Probleme damit, dass sich euer Bauteil öfter ablöst von der Bauplattform oder ihr Verzug im Bauteil habt. Das nennt man auch Warping. Dann könnt ihr hier unter Einstellungen wieder Vorgaben geben, wie zum Beispiel, dass ihr die maximale Geschwindigkeit des Lüfters reduziert oder dass ihr den Lüfter sogar komplett ausschaltet und eine minimale Layer Time vorgibt, also den Extruder künstlich verlangsamt, damit die Schicht immer genug Zeit hat, an der Luft zu trocknen. Der nächste Punkt ist Support. Support hatten wir ja besprochen. In unserem Bauteil selbst treten keine Überhänge auf. Dafür brauchen wir hier keinen Support. Und als nächstes kommt dann die Build Plate Attraction. Da hatten wir uns den Premier schon angeschaut. Der ist hier mit einer 8 mm Breite vorgegeben. Und hier gibt es natürlich noch weitere Auswahlmöglichkeiten. Entweder kein Roft oder Skirt. Wir schauen uns mal als erstes kurz den Skirt an. Wie ihr hier schön im Layer View seht, ist der Skirt wieder einfach eine einzelne Linie, die um das Bauteil gelegt wird. Die hilft euch einfach den Extruder schon mal freizufahren. Ist allerdings nicht mit dem Bauteil selbst verbunden. Also habt ihr hier keine zusätzliche Haftung. Unter Einstellungen könnt ihr auch noch euch anzeigen lassen, wie viele Linien gedruckt werden sollen um den Skirt. Und als nächstes schauen wir uns noch den Raft an. Raft ist eine komplette Fläche, die unter euer Bauteil gedruckt wird, mit einer gewissen Struktur, wie ihr hier erkennen könnt. Diese soll etwas Warping verhindern, also Ablösen hier oder Verzug an der Bauplattform. Das könnt ihr mal ausprobieren, aber meistens wird Skirt oder Brim verwendet. Also stellen wir mal wieder zurück auf Brim. Und dann haben wir nur noch ganz unten die Special Modes. Hier müsst ihr immer darauf achten, dass die Funktion All at Once gewählt wird. Das bedeutet einfach, wenn ihr mehrere Bauteile im Bauraum habt, werden alle gleichzeitig aufgebaut. Es gibt noch die Funktionen nacheinander. Da wir aber nicht ganz am Anfang des Videos die Extrudergrößen eingestellt haben, wird das hier nicht funktionieren, da der Extruder eventuell die fertigen Bauteile dann umschmeißen könnte. Und diese Funktion führt beim Arnet A8 auf öfter zu Schwierigkeiten. Deshalb stellt hier immer All at Once. Und dann könnt ihr ganz am Ende hier oben euer Profil abspeichern. Drückt Create Profile und nennt das dann Arnet A8 PLA. Sind dann alle Parameter definiert, könnt ihr ganz einfach über den blauen Button hier unten Save to File euren G-Code abspeichern. Den speichert ihr dann auf die mitgelieferte MicroSD. Die MicroSD steckt ihr in den vorgesehenen Slot des Druckers und könnt den Druck über die folgende Tastenkombination beginnen. Hat euch das Video gefallen, hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Channel für weitere Videos und schreibt bei Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare.